Guten Tag und herzlich willkommen in diesem Kurs. Wir besprechen, wie man sich ins richtige Licht rückt. Welche Möglichkeiten habe ich, um meinen Lebenslauf so zu gestalten, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Zuallererst muss einem bewusst sein, dass es natürlich sehr große Unterschiede gibt zwischen dem Ausbildungssystem in Frankreich und dem Deutschen. Das heißt, Sie müssen sich bewusst sein, dass Ihr Ansprechpartner Ihren Werdegang so gar nicht beurteilen kann. Also beschreiben Sie Ihre Diplome, Ihre Abschlüsse, indem Sie die Dauer und den Ort dieser Ausbildung nennen. War denn das Abitur als Grundlage dafür nötig? Was ist das erreichte Diplom? Gab es Pflichtpraktika bzw. Auslandsaufenthalte in dieser Zeit? Und wichtig natürlich auch in diesem mehrsprachigen Kontext, war die Sprache der Lehrveranstaltung Ihre Muttersprache oder nicht? Sie haben Zeugnisse. Diese werden in Frankreich gänzlich unbeachtet in Ihrer Bewerbung verlaufen. Das heißt, man kennt keine Zeugnisse, wird also auch keine verlangen. Zum einen muss berücksichtigt werden, dass Ihr Ansprechpartner womöglich die deutsche Sprache gar nicht beherrscht und somit gar nicht versteht, was in Ihren Zeugnissen steht. Andererseits wird aber auch nicht erwartet, dass Sie diese Zeugnisse übersetzen lassen, aufgrund der Tatsache, dass man diese gar nicht erwartet in diesem Bewerbungsprozess. Was also eher Sinn macht, wäre Referenzen einzuholen bzw. einholen zu lassen durch den Rekrutierer zu dem Moment, wo dieser eben danach verlangt. Das heißt, Sie müssten im Grunde eine Liste vorbereiten ehemaliger Kollegen, Vorgesetzte, Lieferanten oder eben andere Personen, mit denen Sie eng zusammengearbeitet haben, indem Sie angeben, um wen es sich handelt und in welchem Verhältnis Sie zu dieser Person standen und zu welchem Zeitpunkt. Und dann natürlich mit den Kontaktdaten dieser Person diese Liste abgeben, damit der Rekrutierer eben über Sie Informationen einholen kann. Vergessen Sie aber nicht, den Referenten über diese Tatsache zu informieren. Nichts ist irgendwie erschreckender, plötzlich angerufen zu werden und um Informationen verlangt zu bekommen. Da sollten Sie eben Ihren Ansprechpartner vorbereiten. Zum anderen wählen Sie bitte Personen aus, die auch die französische oder eben englische Sprache beherrschen, sodass Ihr Ansprechpartner die Möglichkeit hat, tatsächlich auch frei über sie Auskunft geben zu können. Eine andere Idee wäre eben so, den Ort und die Art der Ausbildung, die Sie genossen haben, wirklich so zu beschreiben, dass man ersehen kann, dass es sich um eine große, bedeutende Schule handelt, eventuell eben auch in einer großen, bedeutenden Stadt, um dem Ganzen etwas mehr Pepp zu verleihen bzw. um auch den Ansprechpartner darüber zu informieren und diesen zu überzeugen, dass es sich um eine Ausbildung handelt, die tatsächlich Ihre Daseinsberechtigung hat. Denken Sie auf jeden Fall daran, die interkulturellen Unterschiede zu berücksichtigen. Das heißt, denken Sie daran, Ihre Ausbildung zu erläutern, denken Sie daran, die Besonderheiten Ihrer deutschen Karriere einem Franzosen nahe zu bringen, ohne dass ihm sehr große Fragezeichen über dem Kopf schweben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!